Ein herzliches Hallo und Willkommen. Heute möchte ich euch die Wireless Display App vorstellen. Für die Xbox One, die mit dem My Update folgen wird, ist für Preview Teilnehmer jetzt verfügbar, kann man einsehen. Und was man machen kann, man kann von seinem Smartphone, von seinem Rechner oder Tablet, ja, den Screens spiegeln auf die Konsole. Und wie das Ganze geht, demonstriere ich euch hier im Vergleich also mit dem Windows Phone, was ich jetzt hier habe. Dazu geht man in den Einstellungen und dort unter System. Da haben wir den Punkt externe Anzeige. Da gehen wir drauf. Und ja, jetzt findet er nicht, das muss ich erstmal, genau, die Wireless Display App auch erstmal starten. So, ich weiß auch gar nicht, warum jetzt hier Philips TV angezeigt wird. Die App stürzt ab und wir starten sie nochmal. So, hier wird auch Xbox One angezeigt. Hier im Hintergrund läuft die Xbox. Da gehen wir einfach drauf auf Verbinden und wird verbunden. Verbindung mit Microsoft Lumia wird hergestellt. Das ist mein Gerät, genau. Und zack, ist das Ganze verbunden und wir sehen das Ganze jetzt hier gespiegelt. Hiermit switche ich auf den anderen Screen. Und das ist ganz toll, was wir jetzt hier machen können. Wir sehen jetzt hier, ja, eins zu eins gespiegelt. Mein Windows Phone können jetzt diesbezüglich auch in, ähm, nicht Podcasts, äh, in eine Video App reingehen, wie Tubecast. Und uns zum Beispiel ein Video anschauen. Hier haben wir eins von letztes Jahr von der Gamescom. Und zack, ja, es lädt ein bisschen und zack, dack, was geht, was geht, der gute Markus. Was geht, was geht. Und, ja, es funktioniert relativ gut. Wir machen uns ein bisschen leiser, ein bisschen laut jetzt hier. Ich hoffe, das überspiegelt nicht meinen Ton. Und, ähm, ja, können natürlich auch alles andere Mögliche machen. Ähm, das ist natürlich eine coole Sache, wenn man jetzt diesbezüglich, ähm, zum Beispiel, ja, Freunde hat und, ähm, die sind bei einem da. Und man möchte dann in dem Falle, ähm, einfach mal, ja, die Fotos zeigen, ähm, bei demjenigen, wo man ist. Und das geht dann hier ganz super. Die Qualität ist relativ gut. Ähm, natürlich, man sieht noch ein bisschen so Artefakte und so weiter mit dabei. Ähm, aber es geht eigentlich. Ähm, und was man natürlich auch noch machen kann. Ich kann jetzt hier mal ein Spiel starten, in diesem Falle Halo Spartan Strike. Und selbst das kann man soweit auf den großen Fernseher bringen. Lädt natürlich ein bisschen, ist, ist, äh, so, es ist für Spiele natürlich jetzt nicht geeignet, äh, weil es ist schon ein kleiner Lack diesbezüglich. Ähm, das macht jetzt bei einfachen Spielen wie Threes oder irgendwie Candy Crush wahrscheinlich nichts großartig aus. Ähm, aber bei, ja, so Action-Titeln wie jetzt zum Beispiel Halo Spartan Strike, da ist das dann noch eher suboptimal. Und, äh, durch die Auflösung natürlich jetzt auf dem Fernseher ist es nicht unbedingt sehr toll, äh, weil das ja von, ja, aufgebläht wird von dem, ähm, Gerät aus her. Ähm, das Ganze funktioniert mit, ähm, ja, soweit, ähm, Windows 10 Geräten, ähm, Windows 8.1 müsste eigentlich auch gehen. Also sowohl Tablets wie auch PCs, ähm, für Android-Geräte funktioniert das Ganze auch und, äh, viele Windows-Phones, ähm, wo das nicht geht, das ist bei iOS-Geräten. Das liegt daran, weil das läuft über Miracast, diesen Service und, äh, ja, Apple-Geräte oder Apple selbst, äh, unterstützt diesen Service nicht. Natürlich, insofern, ja, iOS-Nutzer, die bleiben leider da außen vor. Wir starten jetzt einmal kurz das Spiel. Äh, man sieht, ja, es ruckelt ein bisschen, ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen was dazu tun. Einerseits ist es natürlich in der Preview-Fassung noch, aber auch mit dem, ja, internen WLAN. Das läuft nämlich über WLAN, wenn man dort den Rechner, zum Beispiel den PC am Netzwerk angeschlossen hat, äh, nicht aber mit, äh, ja, per WLAN mit dem Router, dann funktioniert das Ganze nicht, ähm, aber ansonsten könnt ihr auch den normalen Desktop-PC nutzen. So, wir gehen jetzt hier diesbezüglich wieder raus und, ähm, ja, ähm, ich trenne mal die Verbindung. Dann switche ich mal kurz auf mein Tablet, dass man auch sehen kann, dass das auch damit funktioniert. Und zwar habe ich jetzt hier Windows 10 drauf und auch hier, äh, sieht man ganz schön, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mal einblende auch mit, ähm, ähm, wir können jetzt hier auf Media Connect gehen, sehen jetzt hier auch die Xbox One und können Verbindungen herstellen. Das dauert dann wieder einen Moment und es steht auch wieder Verbindung mit der Chris-Tablet, das ist meines, äh, wird hergestellt. Ich habe hier gemerkt, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es noch an der Preview-Version von Windows 10 liegt oder ob das an was ganz anderem liegt, an meinem günstigen, äh, 120-Euro-Tablet, ähm, das in dem Falle, ja, ich muss jetzt hier erstmal, ne, will er jetzt gerade nicht, ähm, dass ich hier zwar, ähm, Wischgesten durchführen kann, aber keine Tipp-Gesten, die nimmt er dann diesbezüglich nicht an. Und ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt hier so lange dauert, normalerweise, ach, gut, es tut sich langsam etwas. Und? Na, es ist schwarz, äh, schwarz ist nicht gut. Also es hat vorher funktioniert, als ich es ausprobiert hatte, aber jetzt möchte es wohl irgendwie nicht so, das kann auch mal in meinem Tablet liegen, das ist nicht sowas besser. Und wie gesagt, äh, Windows 10 Technical Preview, ähm, läuft auch nicht so unbedingt sehr rund. Nach einigem Hin und Her habe ich es jetzt doch geschafft, ähm, hier mein Windows 10 Tablet über die Wireless-Display-App auf meiner, ähm, Xbox One. Ähm, das Ganze scheint wohl irgendwie auch an der Leistung meines Tablets zu liegen, also mir wurde gerade angezeigt, Grafikkartentreiber, ähm, äh, zurückgesetzt worden und so weiter und so fort. Ähm, ich gucke mal hier, die Touch-Eingaben sind auch jetzt irgendwie sehr ungenau, ähm, wenn ich jetzt in diesem Modus hier drin bin, ähm, ich versuche mal jetzt hier die, na, die Nachrichten-App zu öffnen. Öffne dich, Sesam, öffne dich. Nachrichten-App, öffne dich, na, möchte nicht. Die Karten-App vielleicht, möchte die, nein, die möchte auch nicht. Ach, da sind wir doch, in der Nachrichten-App. Also kann man sich ungefähr vorstellen, hier sitzt man dann einfach mit dem Tablet und kann sich da auf dem großen Screen seine Nachrichten dann unter anderem anschauen. Äh, eigentlich eine nette, coole Geschichte. Ähm, gucken wir mal, ob Cortana vielleicht auch mit uns reden möchte. Hey, Cortana, sing ein Lied. Ja, es scheint aber irgendwie kein Ton zu sein. Ja, gut, Cortana bleibt stumm. Also irgendwas stimmt jetzt hier auch nämlich nicht mit meinem, ähm, Audiotreiber, wie auch immer. Also ziemlich buggy, kann aber noch an der entsprechenden, äh, Preview liegen von, äh, Windows 10 natürlich. Natürlich, dass es noch längst nicht fertig ist, aber ich hoffe, ihr habt euch, äh, ja, so konntet ihr so einen kleinen Einblick bekommen, was ihr damit, äh, soweit machen könnt. Ja, ähm, das, äh, erscheint alles im Mai-Update für die Xbox One. Im Laufe des meisten genaues Datum gibt es insofern noch nicht. Ähm, ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, das kleine Video hier. Wir hören und sehen uns dann vielleicht das nächste Mal wieder. Ich bin der Chris, adios amigos, ciao ciao und tschüss. Ich bin der Chris, adios. Ich bin der Chris, adios.